Das Thema Gesundheit ist für uns im smarten Quartier eines der wichtigsten Teilprojekte, mit dem wir uns dort beschäftigen. Umso mehr haben wir uns gefreut, dass wir eine Kooperation mit dem Universitätsklinikum hier zum smarten Quartier eingehen konnten. Dort stehen ganz wichtige Themen an, zum Beispiel der Telemedizinraum, wo wir natürlich die Expertise des Universitätsklinikums brauchen, um die Prozesse zu entwickeln, aber auch der Nutzen unserer Serviceapartments für die Kurzzeitmiete, die zum Entlassungsmanagement der Klinik vielleicht einen großen Beitrag leisten können.